Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein sehr sensibles Thema, nämlich um die Seele und warum es gerade jetzt so schwierig für viele von uns ist. Träume aus der Vergangenheit, Albträume, Panikattacken, Unruhe, Schlafstörungen und extreme Stimmungsschwankungen begleiten uns momentan. Die neuen Energien wirbeln uns extrem herum. Gerade der März ist besonders entscheidend für uns, denn viele Menschen sind jetzt auf dem Weg des Energieaufstiegs. Das gilt besonders für all die Menschen, die in der Vergangenheit viel gekämpft haben. Egal ob in der Liebe, Beruf oder Gesundheit. Gerade geht es um das Thema Heilung auf der tiefsten Seelenebene. In diesem Podcast möchte ich all jenen Mut machen, die mit Traumata aus frühester Kindheit zu kämpfen haben. Du dachtest, dass alles ist längst überstanden und vergessen. Lange hast du diese alte Erinnerung ganz tief in die letzte Schublade deiner Psyche vergraben. Aber jetzt ganz plötzlich taucht alles wieder auf. Du wirst in deinen Träumen damit konfrontiert und wachst schweißgebadet voller Panik auf. Oder plötzlich tauchen Menschen aus deiner Vergangenheit auf. Und alles Schmerzhafte kommt wieder hoch. Wenn ich jetzt sage, dass all dies notwendig für dich ist, dann wirst du sicher denken, dass du das alles gerade jetzt überhaupt nicht brauchen kannst. Aber glaub mir, diese Situation ist wichtig, damit alles in dir heilen kann. Bisher wurde alle schmerzhaften Begebenheiten nur verdrängt. Jetzt erhältst du aber Heilung, damit du aufsteigen kannst. Viele meiner Kunden klagen auch über körperliche Beschwerden, wie Kopfschmerzen, Schwindel, Rückenbeschwerden, Ohrenklingeln oder Augenprobleme. All diese Symptome kommen und gehen abwechselnd. Auch das gehört zu den erhöhten Energieschwingungen. Meine Oma sagte einmal, wenn eine alte Seele zurück in das irdische Leben kommt, beginnt sie immer in einer schwierigen Familiensituation. Das bedeutet, sie inkarniert in einer Familie mit Süchten, Gewalt und Krankheiten. Die alte Seele möchte Heilung bringen und auch in sich die letzten Lücken an Erfahrungen sammeln. Ich war damals 13 Jahre und liebte es, meiner Oma zuzuhören, während sie die Öle in ihrem großen Topf rührte. Sie half mir zu verstehen, warum ich gerade diesen Weg und diese Inkarnation gewählt hatte. Ich hatte keine leichte Kindheit und manchmal fühlte ich mich fremd auf dem Planeten Erde. Ich hatte oft Sehnsucht nach Zuhause, aber nicht diesem, in dem ich lebte, sondern nach dem Zuhause, von dem ich einst kam. Meine Oma sah mich oft lächelnd an und erklärte mir, dass ich später alles verstehen werde und bis dahin muss meine Seele reifen. Kennt ihr das auch, dieses Gefühl, hier fremd zu sein? Als ob ihr hier nicht hingehört. Eine alte Seele, so sagte meine Oma, lebt immer in zwei Welten, in der irdischen und in der Seelenwelt. Immer wenn ein Mensch spirituell aufsteigt, ist es wie eine Geburt, meistens mit Ängsten und Schmerz verbunden. Doch der Aufstieg lohnt sich, denn wir können dadurch Portale durchschreiten und mit der geistigen Welt zusammentreffen. Wir können ohne Worte mit ihnen kommunizieren und erleben hier auf der irdischen Seite Heilung, Liebe, Erfolg auf allen Ebenen. Jetzt in dieser Vollmondnacht im März 2023 und in folgenden Portal-Tagen öffnet sich ein für uns sehr wichtiges Portal. Wir betreten eine spirituelle Ebene, die uns eng mit der geistigen Welt verbindet. Ich möchte euch teilhaben lassen. Wie es mir selbst in der letzten Woche vor diesem Vollmond erging. Schlaf wurde überbewertet. Das heißt, ich konnte einfach nicht schlafen. Standard waren maximal vier Stunden. Ich träumte sehr real und sehr viel aus meiner Kindheit. Letzte Nacht wurde im Traum viel von meinem Ex-Mann aufgearbeitet und ich bin heilfroh darüber. Mein Magen rebellierte, meine Stimmung war von Himmel hoch jauchzend bis zum Tode betrübt. Glücklicherweise bekam ich nach Sonnenuntergang eine tiefe Entspannung und Ruhe in mir. Gut, ich bin ohnehin ein Nachtmensch und egal wie sehr ich mich durch den Tag geschleppt habe, nachts war ich fit wie ein Turnschuh. Worüber ich sehr dankbar war, denn gerade nachts ist ja meine Hauptarbeitszeit. Jetzt aber zurück zu den Energien, die uns erwarten. Neuanfang, das bedeutet alles, was wir uns erarbeitet und gewünscht haben, wird sich jetzt manifestieren und transformieren. Wichtig ist dabei, gerade jetzt positiv zu denken. Es wird sich auch vieles auflösen, zum Beispiel schmerzhafte narzisstische Beziehungen oder falsche Freunde. Menschen, die noch nicht reif sind für diesen spirituellen Aufstieg, dürfen sich aus deinem Leben verabschieden. Du wirst eventuell sehr schnell in Veränderungen geworfen und das kann in manchen Situationen sehr chaotisch werden. Aber keine Angst, du wirst geführt und behütet, durch alle Ebenen geführt. Diese Veränderung soll Liebe, Frieden und Glückseligkeit bringen. Du sollst deine Göttlichkeit als wahrhaftig sehen. Weil die Phase so unglaublich wichtig für uns ist, möchte ich euch eine Meditation mitgeben, die euch durch diesen spirituellen Aufstieg helfen soll. Wenn du diese folgende Meditation zum Schlafen hören möchtest, ist das in Ordnung, denn jedes Wort, das ich spreche, wird deine Seele tief erreichen und alles Positive umsetzen. Leg dich jetzt auf eine bequeme Unterlage und schließe deine Augen. Mach es dir jetzt so bequem, dass du dich rundherum wohlfühlst. Atme jetzt tief ein und wieder aus. Tief einatmen und wieder ausatmen. Und noch einmal tief einatmen und wieder ausatmen. Atme jetzt ganz entspannt nach deinem eigenen Rhythmus weiter. Mit jedem Atemzug entspannt sich dein gesamter Körper und wohlige Wärme füllt dich ein. Lass dich einfach fallen, das angenehme Gefühl der Ruhe und Entspannung. Lass jetzt alle Gedanken kommen und wieder gehen. Nichts ist mehr wichtig und nichts kann dich mehr stören. Du bist in vollkommener Ruhe. Mit jedem Atemzug sinkst du tiefer und tiefer in ein angenehmes Gefühl der Ruhe und Entspannung. Und du lässt dich einfach fallen. Immer tiefer und tiefer. Vor deinem geistigen Auge taucht eine wunderschöne weiße Steintreppe auf. Du steigst die Treppe langsam hinab. Mit jeder Stufe, die du hinabsteigst, wirst du ruhiger und entspannter und gehst immer weiter hinab. Stufe für Stufe hinab. Ganz unten angekommen, siehst du ein goldenes Tor. Die Türe ist wunderschön leuchtend. Du öffnest die Tür und trittst hindurch. Vor dir siehst du im Sonnenschein eine wunderschöne Blumenwiese mit leuchtenden Blumen in allen Farben. Rechts neben dir plätschert ein kleiner Bach und du beschließt, den Bächlein entlang zu gehen. Die Sonne spiegelt sich in dem plätschernden Wasser und wärmt deine Seele. Vor dir taucht ein schneeweißer Palast auf und du gehst auf ihn zu. Du klopfst an die Tür und dein geistiges Wesen öffnet dir. Du fühlst sofort diese tiefe Liebe, die von ihm ausgehen und tief in dein Herzen bringt. Er bittet dich hinein und du stehst inmitten eines Raumes, das in helles Licht getaucht ist. Das geistige Wesen bittet dich an einen langen Tisch, der mit Blumen und verschiedenen Edelsteinen geschmückt ist. Du setzt dich mit dem geistigen Wesen an den Tisch und betrachtest diese verschiedenen Edelsteinen. Das geistige Wesen legt dir einen herrlichen roten Edelstein in die Hand und spricht. Ich schenke dir die Energie des Feuers. Möge dir das Feuer der tiefen Herzensliebe dein Herz erleuchten. Du fühlst, wie die Liebe dein Herz erwärmt und sich mit deiner Seele vereint. Das geistige Wesen legt den roten Stein wieder auf den Tisch und legt dir einen leuchtend grünen Stein in die Hand. Mutter Natur nährt dich und sei gewiss, dass du behütet in ihrem Schoß vollkommen Frieden findest. Du fühlst diesen tiefen Frieden in dir und deine Seele ist eins mit der Kraft der ewigen Mutter. Erneut nimmt das geistige Wesen den grünen Stein aus deiner Hand und legt ihn auf den Tisch. Er legt ihn einen tiefblauen Stein in deine Hand und spricht. Fühle diese reinigende Kraft des Wassers. vollkommene Reinigung durchfließt deinen Körper bis in die Zelle. Befreit bist du von alten Belastungen. Deine Seele ist frei und voller spiritueller Energie. du fühlst du fühlst diese reinigende Kraft tief in dir und fühlst dich vollkommen befreit. wieder nimmt das geistige Wesen den blauen Stein und legt ihn auf den Tisch. Nun legt es dir einen weißen Stein in die Hand und sagt der weiße Stein die Energie der Luft sie hüllt dich schützend ein und nichts kann dich mehr aufhalten. Dein spiritueller Wachstum hat begonnen. Das geistige Wesen nimmt den weißen Stein und legt ihn auf den Tisch. Es legt seine Hand auf dein Kronenchakra und spricht von Seele zu Seele vereint mit der geistigen Welt nimm mit die Energie die Liebe den Schutz und die Kraft verabschiedet. So möge es sein. Verabschiede dich über die Blumenwiese bis zur goldenen Tür tritt hindurch und gehe die Stufen langsam wieder nach oben bis du wieder im Hier und Jetzt bist. Wenn du aufwachen möchtest dann erwachst du jetzt voller Energie und Kraft beschwingt und voller Freude kannst du jetzt deinen Tag beginnen. Falls du weiter schlafen möchtest schläfst du jetzt voller Liebe Entspannung und Frieden weiter Wenn dir mein Podcast gefallen hat würde ich mich über ein Däumchen hoch sehr freuen Bitte schreibt auch eure Erfahrungen mit der Meditation in die Kommentare Ich wünsche euch alles Liebe eure Theresia